Wie schön! Shirin David und Melina Sophie sind wieder vereint. Die beiden Girls lernten sich durch YouTube kennen und waren unzertrennlich. Sie wohnten sogar gemeinsam in einer WG in Köln. Nun haben sie sich wieder getroffen und man merkt direkt, dass sich die beiden genauso gut verstehen wie früher. Melina, die aktuell gegen ihre Depressionen ankämpft, wird richtig glücklich in Shirins Gegenwart. Ob nun auch ein gemeinsames Video geplant ist, um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen? Gewusst? Shirin David sang als Jugendliche bei einer TV-Castingshow vor. Mehr dazu erfährst du im Link in der Infobox. Pst, wir verlosen aktuell dreimal die neue Bilou-Box von Bibi. Zum Gewinnspiel kommst du ebenfalls über den Link in der Infobox.